Und wir haben noch ein paar Zahlen zu Thomas Müller aufgeklärt. Also Blindbeleidigung, Bo Svensson kennen wir als schon sehr impulsiv und temperamentvoll aus der Bundesliga. Da hat er ja auch schon die meisten gelben Karten aller Trainer gesammelt. Wir sprechen natürlich später auch noch mit ihm und wollen natürlich seine Einschätzung noch zu dieser Situation haben. Also 4 zu 0, das hört sich gut an, das fühlt sich gut an. Und ich bin sicher, auch Joshua Kimmich wird sehr zufrieden sein heute mit der Leistung und vor allem auch mit der Mentalität seiner Mannschaft. Janek. Wie ist dann so eine erste Hälfte zu erklären? Also dass die Jungs Respekt haben, die wussten ja, was aus ihr zukommt, gehe ich mal von aus. In der Bundesliga haben sie auch schon einige gelbe Karten gesammelt, die meisten aller Trainer. Es scheint so, ja. Dankeschön. Und wir wollen Julian Angelsmann hören bei Janek.